Ich glaube, wir sollten unser Inventar auch mal aufräumen, aber wir gehen jetzt hier erstmal durch das Portal. Möchten Sie das geheimnisvolle Portal betreten? Ja, aber selbstverständlich. Hauptaufgabe wurde auch schon aktualisiert. Wir befinden uns jetzt am unteren Olymp. Hier haben wir auch den Brunnen gleich mit angequatscht gehabt. Und ja, hier ist dann eigentlich schon das Ende von dem einfachen Spiel. Man hat hier keinen Teleporter beim Olymp, leider. Das könnte man natürlich die ganze Zeit immer abfarmen. Aber wenn man diesen Brunnen hier als letzten Portpunkt sozusagen aktiviert, kann man natürlich die ganzen Telkinen ablaufen. Orient, da hatten wir jetzt in Voazo, hatten wir ja unser Portal. Direkt vor der Höhle, da kann man natürlich dann schnurstarks reinballern und dann einfach wieder loslegen. Kann man natürlich alles machen, ist möglich. Habe ich auch des Öfteren getan. So, jetzt möchte ich hier bloß mal ein bisschen das Zeug aufarbeiten. So, da habe ich die zwei Intelligenzpunkte reininvestiert, wie ich es versprochen hatte. So, hier zack, zack und ja, so, zack. Okay. Zack, 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 zack. Also, was wir hier an Artefakten und Dessenzen und so weiter und so fort haben, ist natürlich ein nicht schlechtes. Aber, äh, brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel, oder? So, hier, zack, wieder was. Können wir eigentlich alles verkaufen, was wir jetzt hier mittlerweile schon haben. So, oh ja, hier, nochmal eins, nochmal eins, vollständig. So, hier, Mana-Trank. Oh ja, hier haben wir wieder eins. Da haben wir eins, hier vollständig. Hier hatten wir auch noch eins. Äh, das Blut. So, äh, boah, das ist jetzt hier so spannend, wie Meltas kombiniert. Und das ist sehr schön, sehr schön anzusehen. Er kriegt es wirklich wahrhaftig hin. Oh ja, hier hat er wieder ein Spektralmaterial fertig. Und da, was ist das nur? Was macht der nur? Wie ein Kenner analysiert er das Zeug und setzt es zusammen. Und hier schon wieder was. Zack, zack und zack und zack, zack, zack. Oh mein Gott, Alter. Er ist fast so beautiful im Mind. Es kommt, es kommt uns vor, als ob er den ganzen lieben langen Tag nichts anderes macht. Und hier macht er folgendes. Er sortiert es einfach noch einmal nach eine Stufe nach oben. Er hätte auch einfach auf schnell sortieren klicken können. Aber dafür ist er sich zu fein. Der wird der Herr Meltas. Und da geht es auch wieder gleich zum Händler. Oder zum Artefaktschmierer. Äh, hier. Was hast du da? Boah, ich hast nur ja. Ein Relikt? Ein Relikt? Ich weiß es nicht. Was brauchst du denn da? Säbelklaue. Yeti-Pelz. Haben wir beides? Hm? 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 Säbelklaue haben wir nicht. Willst du uns verarschen oder was hier? Säbelklaue. Du mich auch. So ein kleiner Sträuch. Okay, das sehe ich auf Anhieb, dass wir das noch nicht hatten. Oder das hier. Boah, alles was wir hier so ein paar Mal haben, das können wir natürlich auch guten Gewissens einfach mal verkaufen. Oh ne, das hatten wir schon. Ach komm hier, was soll der Geiz? So. Hier. Komische Medizin. Oh hier. Da habe ich noch gerade eins gesehen gehabt. So, das passt auch. Na okay. Äh, ja. Den Rest verkaufe ich und dann kaufe ich uns noch ein paar Heiltränke. Ein Magier wird keine Waren wie diese finden. Nirgendwo. Ja, ja. Ich hätte jetzt umrüsten können auf die guten Heiltränke und Mana-Tränke, aber nun gut. Alter, da hätte ich bloß so viel Kneter auf meinem Konto. Mann, Mann, Mann. Ich weiß, Geld macht dich glücklich, aber es lässt einen ruhiger leben. Ihr wollt gar nicht wissen, wie schnell ich meinen Mittag runterschlinge, damit ich dann rechtzeitig zu Hause sein kann. Äh, damit ich keine Überstunden machen muss, ne. Auf Arbeit. Damit ich Let's Plays oder andere Sachen machen kann, zu Hause. Ach, bist du schon fertig? Na, aber selbstverständlich. Und abgeschüttet habe ich auch noch. So. Dann haben wir uns jetzt gleich mal zurück auf den Olymp geportet und gucken mal, wo es jetzt hier hingeht. Ich glaube, hier war es doch das mit diesem komischen Lebensfresser. Hier war sonst immer ein Lebensfresser, der mir den letzten Nerv geraubt hat. Der hat mir kein Lehm abgesaugt, sondern Nerven. Okay. Olympi, Olympi, Olympi. Drei Telkine und jetzt kommen auch dreimal Typhon. Mit seiner Sichel. Mit seiner Sichel des Grauens, ja. Ach, da. Da sind sie. Da sind sie, die Live-Legers. Live-Seeker. Ja. Das ist wahrscheinlich doch immer die beste Methode. Erst die Welle des Grauens und dann den Phantomschlag. Denn dann sind sie immer so schön fixiert. Oh, hier Two-Face. Ach ne, das waren zwei Skelette in einem. In einem Körper. Zwei Skelette in einem Körper. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Dämonenblut. Meins. Oh ja. Jetzt kommen noch mal ja die ganzen bösen Kreaturen von Mittelerder auf uns zu. Oh, nee. Mittelerder war wieder ein anderes, äh, anderes Gebiet von, 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 von der gesamten Welt. Ja. Wer kennt sie nicht, wer kennt sie nicht, wer kennt sie nicht, diese, diese bösen, äh, diese bösen, äh, äh, Roboter, ja. Wie sie immer in der Einkaufspassage stehen und komische Gestalten machen und immer möchten, dass man da Geld in ihre Hüte wirft von solchen komischen Roboter, ne, wer kennt sie nicht. Und hier auf dem Olymp hängen sie auch mit ab. Ganz böse Kreaturen. Ganz, ganz böse Kreaturen hier. Silber wie Gold. Ihr könnt, ihr könnt eine Farbe haben, wie ihr wollt, aber ihr seid alle böse. Das ist hier der Beweis. Komm, frieren, nein. Getriebe schaden. Einfrieren. Ach, schade. Schade. So. Ach so, und zu der Aktion von vorhin mit dem, als ich gesagt habe, da stand ich mit den Bogenschützen. Also das, das ist auf alle Fälle eine sehr, sehr geile Sache. Denn das gleiche klappt mit Typhon. Das zeige ich euch dann auch, wo ihr dann da stehen könnt. Ich, ich kann ja auch dann mal noch überlegen. Vielleicht habe ich, vielleicht, vielleicht, vielleicht habe ich noch einen alten Savegame. Ich muss noch gucken. Äh, da kann ich auch gleich mal dann bei der nächsten Aufnahme mit ansprechen, wie viel Geschossgeschwindigkeit man in Summe braucht, damit man das schafft, von dort ein zu schießen. Yay. Okay. Also ich muss sagen, dafür, dass hier die Götter leben, ist es hier ganz schön bescheiden gehalten. Ja, also hier ein bisschen Marmor da, ein bisschen Goldverzierung da. Also es ist hier nicht gerade götterhaft, meiner Meinung nach. Es sieht zwar schon schön aus, aber groß leben möchte ich hier nicht. Ich werde die Damen noch nicht mal in den Fahrstuhl. Und wer, wer, wer will denn hier die Bierkästen hochschleppen, ja, also... Das wird dann mit Münzwurf entschieden, oder was? Mit Stäbchen ziehen. In der Götter-WG. Ah, ah, sie kommen! Incoming! So. Hö, 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 hö. Du kannst auch mal loslegen hier. Brauchst nicht immer auf den Boden gucken und schmollen. Hier, kannst du auch mal so cool sein wie der Typ. Oh mein Gott, er hat sogar das Türchen aufgebrochen. Von der Götter-Menschen. Und die epische Musik erscheint wieder mal. Wir sind hier über den Köpfen aller als Mensch. Bei den Göttern. Und den Zykloppen. Zykloppen, kloppen. So was habe ich das letzte Mal auf der MPD-Parade gesehen gehabt. Hier so viele Gröle. Sinnloses Gröle. Ah, 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 ah. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Inflitrier. Bam! Ausdrücken. Go, go, go. Okay, okay, okay Und vorbei, vorbei, und Wow Ach so, scheiße Die Kacke macht Lebenskraftschaden Ich hab's ganz vergessen Nein, ich hab's nicht vergessen, aber ich hab's verdrängt Das triffst du eher Ich hab echt verdrängt, dass die Kacke so viel Damage macht Weil's Lebenskraftschaden ist Ja Aber wir leben noch Wir leben noch Wir leben noch Wir leben noch Das Leben Und Ja Der eine kriegt schon Bier auf dem Zahnfleisch Und der hier Die Bienen Ah, okay Okay, okay Komm Ja Ja, da haben wir wieder einen Komma-Opfer Äh, ja Kommt schon Nächstes Nacht, Freunde Achtet mal auf die Zimmerlautstärke Sonst rufe ich die Bullen Wuhuuhu Ihr macht hier Ruhestörungen, Mann Das war keine öffentliche Doch Und der Olymp ist eine öffentliche Öffentliche Einrichtung Hier darf jeder hoch Solange man hält ist Und die Eier dafür Nach Hose hat Kann jeder hier hochkommen Oh Ey, der vergöttert uns Der hat sich vor uns verneigt Verneigt dich vor deinem Herrn Wut, 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 wut Wir Ja Komm Ja Eingefroren Genau das wollte ich sehen Einfach Ach Noch mehr Ländenschutzträger Jetzt passt mal auf Tartanspiel könnte woanders Und da kommt noch ein Nachzügler Ja Dicke, fette Eiswürfel, Mann Hüah So Nicht So Nicht Mehr Power Hobie Der Baumarkt Ach ne Ach das Ah Jetzt weiß ich wieder wo das war Das war bei Hör mal Wer der hämmert Mehr Power So Ey Noch einer Jetzt reicht's aber Jetzt kriegt der Ordi ihn auf den Sack hier So Wie W Wie W Wie Vielen Dank.